das klettert wirklich hübsch aus dem springst du jetzt ich glaube doch nicht aber es ist gerade die Aufgabe zu springen sie sich zwischen die Augen schnell wir machen sollen das sie machen sollen das ist nicht aufgehängt ach so, nee, nee, das geht weiter, oder? nein oh no ist das auch gecrasht? nee, ich bin jetzt gerade, Tamiro hat das Spiel verlassen ah ok, ein Glaubensbeweis und äh kommt, geht's jetzt weiter bei dir? das ist nicht die 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 vor Ой die die hast du bekommen einladung von mir schon dankeschön für den wies ab vielen dank man zehn monate krass ne neun monate sehr cool das freut mich man zum start der spieler neu ach so ich hab dich schon eingeladen ging nicht was nicht will ich gleich sehen ich kuschel beim boomer 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 hallo für boomer fern für den hund schon cool eigentlich gar zu nehmen ist fast durch damit du bist bei dem typen im norden ich stehe glaube ich wieder gerade unter drogen kann es sein dass immer wenn wir doch die blumen laufen aber wenn wir doch die blumen laufen stehen wir unter drogen aber solchen haben wir früher auch gehabt im garten ich mir geschnüffelt drin ja vielleicht das segen das ist ja echt interessant sagst wenn du soweit bist ja ich bin soweit ach so sorry ich mag cheeseburger bock auf ein bisschen koop action ich bin grad im zweiten run du meinst deswegen bist du so durch ich bin doch nicht durch medium medium das game ist echt buggy der co-partner wird immer rausgeworfen oh nein ich bin wieder bei dir echt wo krim zu dir aber die die misst mal aufbucht ja wir haben wir mal auf nachdem ist nur ein jahr das sind meine können wir hochjagen ja ja müssen wir aber nicht denn es noch mal auch so kann man auch von körpern 3 komm ich fahre hinterher er hat von der das kann der gesündeten zu den haus das war schon mit zahlst zacktelbiet für die Klammer nun leben die Finderung sind umdrehen und schießen ja gut getötet dass du sie schulden habe ich doch oder danke ich habe meinen finger nicht an der lehrtaste das habe ich nicht da muss man keine auto zu schießen danke schön wünschen wir die auch eine wunderschöne abend das war ja denn es ist ein bisschen dreckig doch es geht jetzt habe ich zwei davon das war ich das war ich die hiex ich werde dort kein problem leiden ja alles zu hohem müssen wenn ich weiß auf und und ich bin tot die Brüder ist aus die Brüder ausgestoßen und ausgeschleudert irgendwo in der Echt gibt es in der Zeit der Götig Klammer bin ich mal an mein Leben acht ich bin 5 die Räcke bis zum Glück geflogen glaube ich leider bisher und er hat sich gerade wieder belegt oder was ich nicht auf jeden Fall um so die Gegner kein Problem hinten auch noch du bist ein tollwütiges etwas was wieso oder was machst du ich glaube die sind auch tollwütig hier sind sie doch sie sind bissig das Kloster befreit das Kloster befreit das Bonnette Abflug mit er hat er war das 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 Allerdings bezweifle ich, dass sie sich davon einschüchtern lassen werden. Das befüllt sich auch. Moment. Ach, ähm. Gnuli, bist du noch da? Wenn, sag mal, zu wie viel kann man den Fucker spielen? Kaufen, verkaufen. Das schaut doch hier viel netter aus, gell, wenn das in unser Besitz ist, hier so ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen schon. Und im Wasserfall bei der Todmannmühle ein paar Sachen verstaut. Ja, was ist draußen los? Holy. Und zwar, wenn wir ihnen das Kloster weggenommen haben. Schönen Tag auch. Man kann nicht mal mehr unbewaffnet rausgehen. Der Kopf geht nur zu zweit. Hopp, so. Ja, geht nur zu zweit im Kopf. Ich bin so ein Sekten, nein, nee. Aha, 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 aha. So, hier zeigt es mir jetzt auch nochmal irgendein Dingsel an. Reden wir mal mit der Lieben. Ja. Hier drüben. Eidens Gate schickt seine Angels und Mörder auf Wanderschaft, die sie Pilgerreise nennt. Dieser Ort war ein wichtiger Teil dieser Pilgerreise. Jetzt gehört er wieder uns, aber sie werden ihn zurückhaben wollen. Wir haben erfahren, dass viele von ihnen herkommen. Wir müssen die Stellung halten, koste es, was es wolle. Es gibt auch ein Geschütz und ein bisschen Kampfspielzeug da drüben. Machen wir uns bereit. Trampelpfad. Okay. Nee, Monsieur. Ich hab ein echt tolles Fischgestell. Hier klingt das Telefon. Gehst du hin? Hallo? Gehst du hin? Siehst du, das ist, was ich meinte. Wir haben eine, also wir haben einen Punkt. Also wir wollen zu einem Punkt, also zu Peaches. Und wir schaffen es nicht anzukommen. Ja. Wo ist das verkackte Telefon? Ach, gehst du jetzt wegen ihres Telefon oder was? Ich suche nach dieser Zeit. Warte, ich suche mit. Äh. Bereite deine Verteidigung vor. Mission in der Nähe, 20 Sekunden nur noch. What? Wie, was ist denn die Verteidigung? Ich hab keine Ahnung. Ähm. Elf, zehn? Mission in der Nähe? Äh. Das sieht nicht sehr gut aus. Von, was? Zwei, eins? Es kommt Verstärkung aus dem Norden. Aha. Okay, wir werden eingestürt. Guckt an. Ach, das sind die tollwürtigen Menschen hier. Zombie-Apokalypte. Ap-Apokalypte. Ap-Apokalypte. Apokalypte. Uah. Ich kenne mich mal ins Leben, ne? Uah. Oh. Echt jetzt? Genau jetzt? Ja, genau jetzt. Okay, warte. Hier, ich helf dir. Die einen können sie eigentlich auch machen, bevor sie... Das ist gut. Oma. Nein, nein. Oh. 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 Das heißt, oh wow. Oh wow heißt, ich wurde irgendwo getroffen und das hat weh. Ach, da hieß nicht noch. Oh, ich hab keinen. Monizion. Hopp, Monizion. Jetzt aber. Oder? Ja. Verteidige die Westseite. Piu. Piu. Aua. Ja, da hinten kommen welche. Ah, von da oben. Es kommt da stark aus dem Süden. Oh. So, du bist auch weg. Oh, da kommt so ein Feuerspalby. Hey, lass mal den Pummel in die Ruhe. Ich sag's dir. Aua, aua, aua. Auf den Kopf schießen, ich probiere es immer, auf den Kopf zu schießen. Immer. Manchmal klappt das nicht ganz so. Wow. So richtig verteidigen können wir es aber nicht. Oh, okay. Oh, da oben. Ja, aber ich muss in meinem Hund wieder begeben. Okay. Ich verlasse es nicht so. Oh, Leute. Jetzt kommen wir wieder zurück. Das Telefon hat aber immer noch dingelt. Ist, äh, äh, echt? Ist sie vor? Nee, oder? Nee, noch nicht. Ja, hervorragend. Gut. Wupp, wupp. Sehr gut. Soll es uns mal mal gescheit noch plündern? Ja. Das müssen wir. Und ich brauch unbedingt Munition. Mal wieder. Ich bin da auch sehr low. Echter Wahnsinn, oder? Immer wieder dasselbe. Oh, da ist ein, ein, äh. Wir haben ja eine neue Dekoration im Garten. Ja, ein Helikopter? Ja. Hübsch, ne? Ja, hübsch. Sehr sogar. Oh, wieder bei den... Komm mal kurz mal, äh, wo bist du denn? Komm mal zurück? Äh, der hätte dir, glaub ich, gerade. Komm mal, komm mal. Schnüffel mal an diesen Blumen. Hm, be... Geil, ne? Ah, das ist diese Droge, mit denen die Leute alle in Berührung kommen. Mhm. Wie lange darf man da drin bleiben? Ich hab's nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Ist egal. Nein. Hm. Nebel macht einen Fertig. Wolltet ich noch mit zum Kürnern hier? Nicht ganz so einen Tag. Nein, oh, nein, and only you. Oh. oh stimmt das klingelt immer noch glaube und kann das ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann Und einzigartig, perfekt in Szene gesetzt von Braun, entwickelt für die effizienteste Rasur der Welt, oder höchste Präzisierung, so was. Irgendwie kommen wir da hoch. Wir kommen von außen hoch. Von wo hoch? Hier, warte mal, ich versuche jetzt mal da hochzukommen und ans Telefon zu gehen. Ja, mach mal. Du bist ja schon oben. Ja. Du kannst ganz normal am Dach hoch. Hier, Telefon, da. Oh, erste Hilfe. Haben wir. Hier, interagieren. Rachel ist so traurig und allein. Sie ging verloren und wurde nie wieder gefunden. Sie lebte ein Leben ohne Glauben und das ließ sie tief sinken. Faith stieg in ihr auf, aber Rachel blieb ganz unten. Faith schwebt im göttlichen Licht und Rachel, Rachel stolpert durch die Finsternis. Dort habe ich sie vor langer Zeit gelassen. Sowas. Zorn. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch, ihre Priesterin an, diesen Schrein an, um Josefs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Geht's noch mal was? Ach so, das ist es. Ach, hier ist der kleine Ding gewesen, wo man hoch hüpfen hätte können. Und wieder die Blair mal. Oh, Geld! Und safe! Ohohoho. Du musst hier hochkommen. Du musst hier hochkommen. Wer, wat? Wie, wo? Geil! Money, money, money. Hier. Ach, hier konnte man hoch. Guck an. Ah, jetzt bist du oben? Ja. 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 Ach so, du bist da ganz oben. Komm mal raus. Also, komm mal, Rübro. Sehen sie mich? Äh, ich komme in sie noch nicht. Ich muss mal gucken, wo du... Ach, da bist du ja. Komm in sie, komm in sie. Ja. Ach was. Hm, das ist nett. Ach, hier war das Telefon. Okay. Hast du gerade Probleme mit deinem Twitch? Äh, ja. Komischerweise bin ich online, kann auch spielen, bin auch im Tiersen so, ohne Probleme. Aber, äh, Verbindung zum Server bei OBS ist viel geschlagen. Oh, das ist ja blöd. Willst du mal kurz OBS neu starten? Ich starte es mal kurz neu an OBS. Dann warten wir doch einfach mal schön. Vielen Dank.